Du willst viel auswendig lernen in kurzer Zeit? Hier kommen meine Schnelltipps. Willkommen zurück Abiturlehrten, mein Name ist Leo Eckl und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnoten-Schnitt kommst. Nachdem die NRWler unter euch morgen mündliche Abiturprüfungen haben und wahrscheinlich gerade überhaupt keine Zeit übrig, werden wir einfach sofort in die Tipps starten. Das Allerwichtigste, damit du schnell auswendig lernen kannst, ist erstmal, dass du eine mentale Übersicht hast. Das heißt, mach dir eine kurze Notiz, eine kurze Skizze, was das absolute Oberthema ist, was die verschiedenen Unterthemen sind und im Idealfall noch, wie sie miteinander verknüpft sind. Also beispielsweise, das ist das Zwischenthema, da gehört der und der Versuch dazu und dann weißt du einfach, okay, hier gehört der Versuch rein. Oder das und das ist, keine Ahnung, die Liste und so sieht die Liste aus und dann sind das die verschiedenen Sachen auf der Liste und damit du hier auch im Kopf einfach so einen mentalen Rahmen hast, weil du dann, wenn du dann die einzelnen Sachen lernst, das viel besser in Schubladen packen kannst und unser Kopf funktioniert mit Schubladen und wenn du dann eine Information reinbekommst, aber die einfach nur bekommst ohne irgendeinen Kontext, dann ist es total schwer, sich das zu merken. Wenn du aber beispielsweise den Versuchsaufbau liest und dann alle verschiedenen Details, kannst du dir das, vor allem wenn du ein sehr visueller Typ bist, sofort in dieser Skizze viel mehr einbringen und dir merken, okay, das ist die ganze Struktur und da ist der Versuch und da gehört dieses Detail dazu. Deswegen, das ist ganz wichtig, dass du das am Anfang mal kurz für dich machst. Dann geht es darum, dass du in dieser Struktur, die wahrscheinlich auch einfach der chronologischen Reihenfolge in deinem Heft entspricht, da das Ganze möglichst konzentrierst mit ganz viel Fokus so oft wie möglich wiederholst. Das ist ja das, was wir vom Auswendig lernen können. Einfach immer wieder durchgehen, immer wieder durchgehen, immer wieder durchgehen und das Schöne ist eben, dass du die ganzen Informationen, die du immer und immer wieder wiederholst, in diese passende Struktur reinpacken kannst. Wenn du beim konzentrierten Wiederholen irgend so eine Sache wie Listen hast oder Reihenfolgen oder Abfolgen oder irgendwas, wo viele Sachen hintereinander kommen, empfehle ich dir unbedingt Eselsbrücken. Eselsbrücken kennt jeder von euch, aber ich schwöre euch, das ist das aller, aller Geistige. Je bescheuerter, je individueller, je spezifischer für dich, am besten verstehst nur du diese Eselsbrücke. Dann ist es die geilste Eselsbrücke ever. Die musst du ja auch keinem erzählen, sie muss ja nur für dich funktionieren. Und wenn du das mal im Kopf hast, dann wird das so viel einfacher fallen. Warum funktioniert das? Unser Kopf kann im Kurzzeitgedächtnis, auch wenn es aus psychologischer Sicht das eigentlich so nicht wirklich gibt, zumindest nicht so, wie wir es im Alltag verwenden, aber wir können meistens drei bis sieben Items uns merken. Items sind sozusagen diese Schubladen. Wie groß die Schublade ist, ist nicht so wichtig. Das ist das Krasse an unserem Kopf. Deswegen auch unbedingt diese mentale Struktur am Anfang. Wenn du einfach nur ein paar verschiedene Oberpunkte hast, dann kann dein Kopf sich viel leichter, ein paar wenige große Oberpunkte merken, als ganz, ganz viele kleine Details. Und das gleiche gilt für eine Eselsbrücke. Wenn du einfach nur vier Buchstaben hintereinander hast, kann er sich das easy merken, auch wenn dahinter, wenn du die Eselsbrücke sozusagen auseinanderziehst und dann die einzelnen Buchstaben zu den Wörtern und zu den Sätzen und was weiß ich alles ausbreitest, kann dein Kopf sich das trotzdem viel viel leichter merken. Deswegen unbedingt, unbedingt Eselsbrücken bauen. Am besten so viele wie möglich. Abraten würde ich euch hingegen vom klassischen Wiederaufsagen. Sprich, wenn du was gemacht hast, dass du dein Heft wegklickst und es wieder aufsagst. Das macht in meinen Augen nicht so viel Sinn, weil es, wenn du wirklich wenig Zeit hast, es vor allem darauf ankommst, dass du die Sachen in dich reinpackst. Es kann gut sein, zwischendrin ist auch mal wieder einfach so frei aufzusagen und wirklich zu gucken, wie gut du es schon kannst. Aber mach dich auch davon nicht verrückt. Du bist ja gerade erst am Lernen, wenn du es wirklich auf den letzten Drücke machst. Deswegen, Lernen, 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 ziehst dir rein, ziehst dir rein und vertraue dann wirklich darauf, dass du es morgen in der Prüfung auch einfach abrufen kannst. Dann noch ein ganz entscheidender Hack. Wenn du diese Übersicht hast oder einfach nur die chronologische Reihenfolge von deinem Heft, geh das vor dem Schlafen nochmal durch. Du musst es noch nicht mal so krass intensiv machen, dass du wirklich jedes Detail nochmal anschaust, sondern versuch vor allem diese Struktur oder eben diese Reihenfolge in deinem Heft nochmal in deinen Kopf rein zu bekommen. Das heißt, überblätter einfach nochmal die Seiten, ohne intensiv drüber nachzudenken. Einfach nur, dass diese Schubladen, die ja in deinem Kopf sind, entweder je nach dieser Struktur oder eben nach der Reihenfolge in deinem Heft, dass die einzeln nacheinander, vor allem auch in dieser Reihenfolge, in deinem Kopf nochmal stimuliert werden, weil dich dann dieses ganze Konstrukt viel besser in deinem Gedächtnis absetzt und speichert. Und wenn du das Ganze wirklich ziemlich last minute gemacht hast, dann schau dir das Ganze auch unbedingt morgen vor der Prüfung nochmal an. Ist mir egal, ob Leute sagen, das bringt nichts mehr oder sonst was, das bringt so viel, ich habe so viele Abfragen in Bio in der 10. Klasse mit 1 oder 2 abgelegt, abgelegt, weil ich einfach 15 Minuten davor noch gelernt habe. Und das funktioniert genauso in der mündlichen Prüfung. Deswegen, wenn du es brauchst, nur wenn du es brauchst, dann macht es auf jeden Fall, kann dir auf jeden Fall was bringen. Wenn du top vorbereitet bist, brauchst du es auch nicht. Aber wenn du wirklich auf den Last-Minute-letzten Drücker lernst, dann macht es auf jeden Fall. Und weil es wahrscheinlich gerade bei euch echt knapp ist, wird das das kürzeste Outro aller Zeiten. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für morgen. Ich glaube an euch, wir bei dir sehen uns nach der Prüfung morgen im nächsten Video. Euer Leo. Euer Leo.